Oh Scheiße, komm, Beilung, 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 geh schon an, verdammte Kiste, oh nein, fuck, äh, äh! Hm, komisch, ich würde eigentlich nur nach dem Weg fragen, komm, gehen wir weiter. Und warum nehmen wir nicht das Auto? Das bisschen Blut stört mich nicht. Weil Laufen viel cooler ist. Ja, ja, und das von einem Fettsack. Das habe ich gehört, das gibt Taschengeldentzug. Hä? Wir müssen ins nächste Dungeon, weißt du überhaupt den Weg? Ich lauf einfach geradeaus. Ja klar, so kommen wir auch ins Ziel. Gott, ich fass es nicht! Deine Zeit ist vorbei! Hey, was bist du denn für ein kleiner Hampelmann? Ich bin kein Hampelmann, mit mir ist nichts zu spaßen. Das will ich auch können, wie der kleine energische Zwerg da. Ha, dazu fehlt dir das nötige Equipment. Darf ich? Oh Mann, nerv nicht! Bitte! Geh weg, du Klette! Hey, beachtet mich, ihr Freaks! Hä? Ah, wie hast du das gemacht? Das ist nur ein Reflex. Passiert mir immer, wenn mich jemand von hinten überrascht. Erzähl kein Scheiß, das war genau meine Speed-Attacke! Okay, okay, du hast mich. Ja, ich habe deine Speed-Attacke imitiert. Ist das jetzt ein Verbrechen oder was? Scheiße, hat er das mit dir auch so abgezogen? Willkommen im Verein. Beitritt kostet nur ein sehr müdes Lächeln. Nein, nicht mit mir. Noch ist Zeit, nur nicht für dich. Ich, dem I, der Meister der Zeit, werde dich verwesen lassen. Norbert Nüing, dich lasse ich erstmal in Ruhe, Arbeitskollege, ja? Scheiß drauf! Ich knall dich dann später ab. Also dann! Ha! Zeitstrahl! Was zur... Mein Zeitstrahl lässt sich jede Sekunde 9,875 Jahre ältern. In wenigen Sekunden ist es vorbei. Zehn Sekunden später. Weitere zehn Sekunden später. Inzwischen 42 Sekunden später. Oh Mann, wie alt kann der werden? Über 42. Oh mein Gott! Oh fuck, mein Gerät hat kein Saft mehr. So war das nicht einkalkuliert. Was denn? Nur zwei Stirnfalten? Bist du jetzt fertig, Knirps. Wow, wie hast du... Bin einfach nur unspektakulär in der Zeit zurückgereist. Wie hieß die Attacke nochmal? Welche? Meinst du meinen Zeitstrahl? Ja, genau die. Warte mal, du machst doch nicht etwa... Nein! Nein! Nun schieß es endlich! Oh, vom Zeiteinfriere bekomm ich zwar immer Blähungen, aber es musste sein. Gut, dann töte ich ihn halt so. Zeit zu sterben! Wen? Meinst du mich? Oh, scheiße, wie machst du das nur? Hm... Popel... Das ist doch ekelhaft! Du fettes Schwein! Hey, ich bin nicht fett. Los, trete meinem Clan bei. Ich dachte, bei mir war es noch ein Team. Niemals, ihr Freaks! Pokéball fliegt... Au, was soll das? Hm, ich sollte wohl einen besseren Ball benutzen. Nein, nicht nochmal! Pokébälle sind meine einzige Schwäche! Und Gummibörchen! Und Frauen! Ich trete eurem Clan bei. Hm, okay. So, jetzt müssen wir weiter. Den Weg werde ich entfinden. Ja, genau! Du super! Ähm, Leute! Du findest einen schönen Schlafzustand! Ja, und? Ich kann das halt. Leute! Was? Oh, toll! Ein furzender Busch! Und weiter...